Hallo, herzlich willkommen bei Shadow Warrior 1, S-Modus halt, Skinjob-Modus, hab ich nämlich auch davor gehabt, im zweiten Teil hab ich schon ein paar Videos vorgestellt, im ersten Teil hab ich leider verkauft, war auch injiziert oder fast sogar verboten, ich weiß nicht mehr, aber jetzt mittlerweile kann man den auch runterladen im Store, so, ich stell schon mal so ein de-in-in-i-t-i-t-i-rt und wie auch immer das heißt, de-in-i-t-i-rt, ja, guter Ego-Shooter halt, sau brutal halt, kann man Menschen zerstückeln, Zombies, Monster, Roboter, viel Blut, kann man alles zerstückeln, jetzt Haken, ey, cool, mehr, so, coole Knaben gibt es, ey, cool, kann man nur empfehlen, ey, so, zweiten Teil hab ich schon noch, zog ich schon noch, hab ich mich vom Wasser gekauft, deswegen soll ich noch, so, dann hoch.